Rechte Handlung bedeutet eine Handlung, die gleichbleibend ist, unter keinen Umständen abweicht, genau ist, nicht auf irgendeiner romantischen, sentimentalen Vorstellung gründet. Folgen Sie dem? Gibt es eine solche Handlung? Handeln, das nicht auf einem Prinzip basiert, nicht auf einem Ideal beruht, auch nicht das Ergebnis persönlicher oder anerzogener Werte ist, sonst ist es korruptes Handeln.